Hallo und herzlich willkommen. Ein Wahnsinn, ich habe gerade eine Stunde zehn Raw, das Harley Davidson Panamerica 1250 Special Review Video aufgenommen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, teest es euch auf jeden Fall rein. Aber ja, vor sehr langer Zeit haben mich sehr viele Leute in Kommentaren immer wieder gefragt, hey, mach mal einen Vergleich, Mike, mach mal einen Vergleich und kein Witz. Jetzt habe ich drei, der für mich vier großen Reiseendurus, vielleicht ist noch Triumph dabei, dann sind es fünf, besessen und gefahren und es ist Zeit, ein Vergleichsvideo zu machen, schätze ich. Das ist einfach so eine Ideensammlung. Ich habe ja keine Ahnung, auf was ihr Wert legt, aber ich werde mir einfach so ein Zahl der Review-Videos nochmal reinziehen, mich versuchen zu erinnern und dann gewisse Themenbereiche zu vergleichen. Falls euch irgendwas interessiert bei einem Bike, bei einem Bike vor allem im Vergleich, gebt mir auf jeden Fall Bescheid, schreibt es hier in die Kommentare. Das war es mit dem Video auch schon. Ich wollte einfach nur euch um Feedback bitten, dann kann ich das irgendwie zusammensammeln. Ich werde mir viel Mühe geben, das aufbereiten. Kostet sich ja Zeit, aber hey, ist glaube ich toll. Interessiert mich auch, bin sehr gespannt, was rauskommt. Genau, die KTM kriegt auch noch ein eigenes Video mit finalem Review und Punktebewertung. Dann haben wir für die KTM, für die Harley und für die Ducati eine Punktebewertung. Derweil muss ich sagen, für die Harley vor der Ducati. Jawohl! Wobei sollte man für 20 PS weniger vielleicht doch noch drei Punkte abziehen? Genau, lasst es auch gerne in die Kommentare. Das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Lasst auf jeden Fall euer Feedback da. Macht es ganz gut. Tschüss, bis bald.